FreePBX 15 Asterisk 16 Teil 4.7 Einrichten der Voicemail-Funktion Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Themenreihe FreePBX 15 Asterisk 16. Heute geht es um die Einrichtung der Voicemail-Funktion. Ich zeige Ihnen, welche Möglichkeiten die FreePBX hat, mit Voicemails zu arbeiten, denn die geht weit über die Funktion eines normalen Anrufbeantworters hinaus. Bleiben Sie dran, gleich geht es weiter. Ja, die FreePBX Voicemail-Funktion, das ist eine sehr leistungsfähige Funktion. Wie gesagt, die geht weit über das hinaus, was man so von Anrufbeantwortern kennt. Man hat also einerseits erstmal die ganz normale Anrufbeantworter-Funktion, die jeder Nebenstelle zur Verfügung steht. Man kann eingegangene Voicemail-Nachrichten, die kann man dann im User-Control-Panel einsehen. Das ist aber eher die nicht zu bevorzugende Methode. Am besten ist es, man lässt sich diese Voicemails einfach auf die E-Mail-Adresse als E-Mail-Anhang zuschicken. Das ist sehr komfortabel, denn wenn man mit seinem Mobilgerät E-Mails empfangen kann, dann erreichen einen solche Voicemails auch überall, wo man ist und man muss nicht erst deswegen ins Büro zurück. Eine zweite Funktion, die wir uns auch noch angucken wollen, das ist der sogenannte Voicemail-Blaster. Voicemail-Blaster, das sind sogenannte Gruppen, die man definieren kann, Voicemail-Gruppen. Und diese Gruppe erhält eine anwählbare Nebenstellennummer und dieser Gruppe können andere Nebenstellen zugeordnet werden. So ruft man dann von außen oder von innen geht auch, ruft man eine solche Voicemail-Blaster-Nebenstelle an und spricht dort eine Nachricht auf, dann erhalten alle in dieser Gruppe befindlichen Nebenstellen diese Nachricht in ihrer Voicemail-Box. Das ist also eine ganz gute Möglichkeit, hier auch Nachrichten zu verteilen. Das heißt also, einer spricht eine Nachricht auf und alle, die in der Gruppe sind, also viele andere, erhalten diese Nachricht. So, aber eins nach dem anderen. Wir beginnen erst mal mit der ganz normalen Voicemail-Funktion, mit der Anrufbeantworter-Funktion, die jede Nebenstelle hat. Was wird benötigt? Für dieses Tutorial brauchen wir einfach nur eine FreePBX, die installiert ist und nach den Teilen 1 bis 3 und dem Teil 4.5 konfiguriert ist. Das ist alles und dann können wir hier mit diesem Tutorial schon loslegen. Als erstes müssen wir ein paar allgemeine Einstellungen machen. Da gehen wir hier auf Einstellungen, finden hier unten Anrufbeantworter-Admin und gehen hier auf Einstellungen. Das einzige, was wir hier machen müssen, ist die E-Mail-Konfiguration, denn wir wollen ja die eingegangenen Voicemails als E-Mail weiterversenden. So, dazu gehen wir hier rein. Ich habe das hier schon mal ausgefüllt. Da ist nichts weiter Besonderes dabei. Das sind also Felder, die Sie hier frei anpassen können. Das ist im Original alles in Englisch. Sie sehen, ich habe das hier auf Deutsch angepasst. Wichtig ist, dass Sie an folgende Felder denken. Sie brauchen einmal hier Server-E-Mail. Da müssen Sie hier die Adresse eingeben, die im Teil 4.5 einrichten von Postfix, die da als Absenderadresse konfiguriert wurde. Und Sie müssen weiterhin hier unten bei Mail-Befehl, müssen Sie diesen Befehl eingeben. Userbean sendmail-t-f, eine Leerstelle und dahinter wiederum die Absenderadresse. Diese im Teil 4.5, also auch diese hier, diese im Teil 4.5 konfiguriert haben. Weil ansonsten nimmt er die falsche Absenderadresse und diese Mail mit der Voicemail drin fliegt als Spam beim Mail-Server raus. Ja, wenn Sie das so haben, dann senden und apply-config. Als nächstes müssen wir noch Konfigurationen in der Nebenstelle vornehmen. Da will ich hier meine Nebenstelle 80 entsprechend konfigurieren. Da gehen wir auf Voicemail und sagen hier Voicemail aktivieren. Ja, ja, das habe ich hier schon mal gemacht. Bei Ihnen steht das so. Sie sagen hier Ja. Hier geben Sie ein Passwort ein, irgendeins, sonst fragt er Sie jedes Mal beim Speichern. Wir brauchen dieses Passwort in Wirklichkeit nicht, weil wir fragen ja die Voicemail-Box nicht ab, sondern wir lassen uns ja die Voicemails per Mail schicken. So, hier muss die E-Mail-Adresse rein, zu der die Voicemails geschickt werden sollen, also Ihre E-Mail-Adresse. Und dann müssen wir noch ein paar Optionen einstellen. Wir sagen also hier, die Voicemail soll im E-Mail-Anhang mitgesendet werden. Und wenn die verschickt ist, dann soll die Voicemail auf der Free-PBX gelöscht werden, damit wir uns die Free-PBX nicht zumüllen. So, dann haben wir das soweit erledigt. Und jetzt treffen wir hier unter Erweitert noch eine Einstellung, damit wir nicht so lange warten müssen jetzt beim Test. Ja, wir haben hier unter Extension Options haben wir hier Ringtime. Ringtime, die steht auf Standard, die Ringtime. Die Standardeinstellung haben wir hier oben unter Erweiterten Einstellungen im Teil 1 konfiguriert. Wenn Sie Teil 1 so konfiguriert haben, wie von mir vorgeschlagen, steht das auf 20 Sekunden. Das heißt also, wenn wir jetzt hier das testen wollen, müssten wir das Telefon 20 Sekunden klingeln lassen. Machen wir nicht. Wir lassen es eine Sekunde klingeln und stellen das nachher, wenn alles funktioniert, wieder auf den Standardwert zurück. So, fertig. Konfiguration anwenden. Und das war's. So, jetzt wollen wir das Ganze testen. Dazu habe ich hier mein Handy. Und mit diesem Handy rufe ich jetzt mal diese Telefonnummer an. Das ist ja die 80. Die Person mit der Durchwahl 8. 0 ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Danach legen Sie bitte auf oder drücken Sie die Raute-Taste. Das ist nur ein Test. Ich möchte jetzt sehen, ob die Mailbox funktioniert und ob der E-Mail-Versand klappt. So, jetzt haben wir hier aufgelegt und jetzt warten wir mal, was passiert. Schauen wir mal hier rein. Sie sehen, ich habe schon ein paar Mal getestet. Aber hier unten, Sie sehen, wir haben 18.56 Uhr. Hier kommt auch die Mail gerade an. Das ist sie. Und hier hängt sie drin. Und jetzt wollen wir mal hören, ob da auch unsere Nachricht drin ist. und deshalb spiele ich die jetzt mal ab. Das ist nur ein Test. Ich möchte jetzt sehen, ob die Mailbox funktioniert und ob der E-Mail-Versand klappt. Ja, haben wir also gesehen, funktioniert und damit ist die Mailbox eingerichtet. Aber Sie haben gesehen, da gibt es jetzt eine Standard-Nachricht. Die ist quasi vom Computer gesprochen und das können wir auch noch individualisieren. Und wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Individuelle Ansagen auf den Voicemail-Boxen daneben stellen. Die werden im User-Control-Panel eingerichtet. Das ist hier. Was wir da zuerst mal brauchen, das sind natürlich Ansagen. Ich habe zu diesem Zweck mir mal zwei WAV-Dateien vorbereitet. Einmal für besetzt. Ich spiele die mal kurz ab. Hallo, leider telefoniere ich gerade. Versuchen Sie es später noch einmal oder sprechen Sie Ihre Nachricht jetzt. Ja, das ist die eine. Und die zweite für unerreichbar. Hallo, ich bin im Moment leider nicht anwesend. Wenn Sie mir eine Nachricht unterlassen möchten, dann sprechen Sie bitte jetzt. Ja, so und diese beiden Voicemail-Dateien wollen wir jetzt als individuelle Ansage mal für die Nebenstelle 80 hier drin konfigurieren. So, da gehen wir hier ins Nutzer-Control-Panel und melden uns an. So, hier sehen wir erst mal, da ist, das ist leer, wenn man es erst einmal reingeht. Hier muss man sich erst mal ein Dashboard anlegen. Das macht man, glaube ich, hier. Ja, ein Dashboard-Name, sagen wir mal, Anruf Beantworter und hier fügen wir jetzt eine Funktion ein und die heißt auch Anruf Beantworter. Die haben wir jetzt hier drin. Das heißt also, hier könnten wir Anrufe sehen für den Fall, dass wir nicht wie jetzt in der Nebenstelle eingestellt diese Voicemails löschen lassen würden. dann könnten wir die hier drin auch einsehen. Aber wie gesagt, wir müssten es immer mit Hand löschen, ansonsten müllen wir das System zu. Der Versand per E-Mail ist die komfortablere Methode. Da braucht man nichts zu pflegen. Aber wir brauchen das deshalb, weil wir haben hier Einstellmöglichkeiten und da haben wir die Greetings. So, und hier können wir jetzt entsprechend Voicemails dazu hochladen und das werden wir jetzt machen. Hier haben wir den Unerreichbarkeitsgruß, die Unerreichbarkeitsbegrüßung und da sagen wir also hier Unerreichbar und die laden wir jetzt mal hoch. Da haben wir die eine drin und dann sagen wir hier die Besetztmeldung, die nehmen wir hier und das sagen wir hier Besetzt und dann haben wir das Ganze drin und das sollte jetzt eigentlich auch funktionieren. Und das werden wir jetzt gleich mal testen. Ich habe dann hier wieder mein Handy und jetzt rufen wir mal die Nebenstelle mit der Durchwahl 80 an und schauen mal, ob die individuelle Nachrichtansage abgespielt wird. Hallo, ich bin im Moment leider nicht anwesend. Wenn Sie mir eine Nachricht hinterlassen möchten, dann sprechen Sie bitte jetzt. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Danach legen Sie bitte auf oder drücken Sie die Raute-Taste. Ja, das hat also funktioniert. Auf diese Art und Weise kann man nun also auch individuelle Ansagen auf dem Anrufbeantworter der Nebenstellen hinterlegen und konfigurieren. So, zum Abschluss dürfen wir eins nicht vergessen. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Wir müssen die Ringtime in der Nebenstelle wieder zurückstellen, denn sonst wundern wir uns später, warum immer der Anrufbeantworter anspringt und wir die Nebenstelle nicht mehr erreichen. Das machen wir also wieder hier. Gehen kurz hier nach unten zu Extension Options. Hier haben wir die Ringtime und die stellen wir wieder auf Standard, sagen Absenden und Konfiguration anwenden. Kommen wir zum zweiten Teil. Wie gesagt, diese normale Anrufbeantworter-Funktion, die wir bis jetzt gesehen haben, das ist ja längst nicht alles, was die FreePBX mit Voicemail machen kann, sondern es gibt ja auch noch die Voicemail-Blaster-Funktion, also eine Voicemail-Verteiler-Funktion, also eine Sprachnachrichten-Verteiler-Funktion und die wollen wir jetzt mal einrichten und schauen, wie das funktioniert. Dazu müssen wir jetzt noch eine kleine Vorbereitung treffen, denn in der Nebenstelle, wenn wir eine Gruppe von Nebenstellen verteilen wollen, brauchen wir ja mindestens zwei, ab zwei ist es erst eine Gruppe. So, in der 80 hier haben wir ja die Voicemail bereits aktiviert und jetzt gehen wir noch hier rein in die 81 und tun hier ebenfalls die Voicemail aktivieren und tun hier die Parameter einstellen. Hier muss ich jetzt natürlich eine andere E-Mail-Adresse angeben, dann haben wir einmal die csg.griebs.de, dann einmal die info.griebs.de, können wir also genau sehen, ob es an die beiden Adressen nachher auch verteilt. Er soll es wieder als E-Mail-Anhang dranhängen und anschließend soll er die Voicemail wieder löschen. So, fertig. Moment, was haben wir vergessen? Ach ja, da meckert er schon wieder. Er will wieder ein Passwort hier haben. Da packen wir ihm wieder eins rein, obwohl wir es, wie gesagt, nicht brauchen. So, und dann haben wir das auch vorbereitet. So, und nun richten wir die Voicemail-Blaster-Funktion ein. Das haben wir hier ebenfalls unter Anwendungen, ziemlich weit unten, Voicemail-Blasting. So, wie gesagt, so eine Voicemail-Blasting-Gruppe, die hat ja eine eigene Nebenstellennummer und über die Nebenstellennummer kann man die dann erreichen. Jetzt tun wir also erst mal eine hinzufügen. Die nenne ich jetzt erst mal alle. Ja, so, Beschreibung alle Nebenstellen. Und hier liest er uns dann auch noch die Gruppennummer vor, aber das wollen wir nicht. Das sagen wir einfach, mach uns hier ein Bieb, dass wir wissen, dass wir reden können und dann ist gut, auch ohne Ansage. Lassen wir jetzt mal weg. Und ein Passwort könnte man noch eingeben, dass nicht jeder dort eine Nachricht versenden kann. Lassen wir jetzt auch weg. Entscheidend ist eigentlich eins, hier eine Voicemail-Box-List. Hier können wir jetzt entscheiden, welche Nebenstellen zu dieser Gruppe gehören sollen. Da sagen wir also hier beide. Und jetzt gibt es hier noch eine ganz interessante Einstellung, Default-VM-Blast-Group. Und zwar, diese Einstellung bewirkt Folgendes. Es kann immer nur eine, eine Gruppe, wir können ja mehrere Voicemail-Blast-In-Groups haben, es kann immer nur eine Gruppe, die Default, die Standardgruppe sein. Die Gruppe, die die Standardgruppe ist, zu der werden alle Nebenstellen, die danach, nachdem die Gruppe existiert, angelegt werden und bei denen Voicemail aktiviert wird. Die werden automatisch zu dieser Gruppe hinzugefügt. Das heißt also, hat man das einmal eingerichtet, kann man über diese Standardgruppe immer alle erreichen, ohne dass man hier extra noch jemand einträgt, weil alle, die danach irgendwie angelegt werden als Nebenstelle und bei denen Voicemail aktiviert wird, sind automatisch drin. Da wir hier nur eine Gruppe haben, es ist jetzt faktisch egal, ob wir das machen oder nicht, aber wenn Sie das mal später einrichten und wollen verschiedene Gruppen verwenden, dann wissen Sie immer, die Standardgruppe ist eine automatische Gruppe, wo automatisch alles, was später hinzukommt, zugefügt wird. So, dann haben wir hier alles soweit eingerichtet und ich sage ganz einfach mal absenden. Halt, Moment, da fehlt noch was. Ach hier, genau, die Nebenstellnummer natürlich. Da sage ich einfach 999. Das soll unsere Nebenstellnummer für die Voicemail Gruppe sein, das Allerwichtigste fast vergessen. So, jetzt haben wir das Ganze abgespeichert, sagen hier apply config und jetzt müssen wir natürlich noch dafür sorgen, dass externe Anrufe diese Gruppe erreichen, genauso wie Nebenstellen so erreicht werden und das geht nur durch eine Inbound Route und da gehe ich hier also auf Inbound Routen. Ich sage mal, diese Voicemail Gruppe soll die externe Nummer auch 99 haben und dann gehen wir hier rein, sagen wir machen eine eingehende Route hinzu, sagen hier vm. Voicemail Gruppe. Das machen wir natürlich noch schön. und jetzt geben wir die Durchwahlnummer ein und die 99 am Ende. So, weiter brauchen wir hier nichts, außer dass wir hier unten beim Ziel dann sagen, Voicemail Blasting und setzen das hier auf die 999 alle Nebenstellen. Das Ganze speichern wir ab und laden die Konfiguration neu mit apply config oder zu deutsch Konfiguration anwenden. Und jetzt sollte das Ganze auch schon funktionieren. Das bedeutet also, wenn ich jetzt von extern die Nebenstelle 99 anrufe, geht das automatisch auf die Voicemail Blasting Group. Die Nachricht, die ich aufspreche, wird automatisch an die Nebenstelle 80 und 81, die ja Mitglied dieser Gruppe sind, verteilt und müsste in diesen beiden zugehörigen E-Mail-Postfächern als E-Mail-Anhang ankommen. Und das wollen wir jetzt testen. Hier habe ich wieder mein Handy und ich rufe die Nummer jetzt mal an. So, da war das Piepzeichen. Das wird jetzt alles aufgenommen. Das ist jetzt ein Test, ob die Nachricht auch an alle E-Mail-Postfächer verteilt wird. Und jetzt lege ich mal auf und dann hören wir mal rein. So, da sind schon Mails angekommen. Schauen wir mal. Hier ist mein eines Postfach, csg.kriebsch.de Hier ist die Voicemail da. Und dann haben wir noch info.kriebsch.de ausgewählt. Und da ist sie auch da. So, wir hören Sicherheitshaber noch mal rein, ob es auch die richtige ist. So, da war das Piepzeichen. Das wird jetzt alles aufgenommen. Das ist jetzt ein Test, ob die Nachricht auch an alle E-Mail-Postfächer verteilt wird. Und das lege ich mal auf und dann hören wir mal rein. Ja, hat also auch funktioniert und auf diese Art und Weise kann man eben sehr komfortabel Sprachnachrichten entsprechend verteilen. Eine weitere interessante Möglichkeit für den Einsatz dieser Voicemail-Plaster-Funktion ist die Einrichtung einer zentralen Voicemail-Box. Denn es ist ja oft so im Unternehmen, wir haben eine Zentrale, diese Zentrale soll ja auch, während zum Beispiel in der Zeit, wenn Feierabend ist, also wenn keine Bürozeiten sind, da sollen Voicemails empfangbar sein. Und da kann man sich also nebenstellenunabhängig auf diese Art und Weise auch eine Voicemail-Box einrichten. Und wenn man will, kann man die sogar dann, diese Nachrichten, die da eingehen, auf verschiedene Nebenstellen verteilen, je nachdem, wer diese Voicemail-Box, dann diese zentrale Voicemail-Box, alles abhören können soll. Das ist also auch eine sehr gute Sache, so haben wir das bei uns in der Firma eingerichtet, das hat sich sehr gut bewährt und das funktioniert sehr gut. Ja, gerade an dieser Funktion sieht man mal wieder, dass bei der Free PPX viele Funktionen über den eigentlich bekannten Standard hinausgehen. Und das alles bei einer kostenlosen Telefonanlage, das muss man sich mal vorstellen. Also ich finde diese Anlage nach wie vor absolut spitzenmäßig und kann jedem nur empfehlen, eine solche Anlage einzusetzen. So, das war's für heute wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Schreibt mal, ob es euch gefallen hat. Danke, Tschüss und auf Wiedersehen.